ich war ungefähr zehn jahre alt als ich zum ersten mal einen der roten kreise sah ich erinnere mich noch genau ich hatte aus dem fenster gestarrt und auf den eismann gewartet er kam immer nachmittags und meine mutter hatte mir manchmal geld hingelegt damit ich mir zwei kugeln holen konnte immer zwei kugeln immer himbeer und schokolade meine mutter hatte irgend etwas aus der küche gerufen und ich hatte mich in ihre richtung gedreht aber es ging wohl an meinen vater denn ich hatte gehört wie er vom sofa aufgestanden und zur küche gegangen war als ich mich wieder dem fenster zugewendet hatte sah ich mitten auf der straße einen großen rötlichen kreis in der luft schweben er flackerte aber es wirkte nicht aus feuer eher als würde er aus einem eimer wandfarbe bestehen die viel zu stark waberte es irritierte mich aber als die klingel des herannahenden eiswagen zertönte schnappte ich mir mein geld und war direkt nach unten gerannt aber als ich unten angekommen war war da kein eiswagen mehr und von dem klingeln war keine spur mehr zu hören und auch kein kreis mehr ich hatte lange nicht daran gedacht bis ich von meinem dritten tag an der uni zum studenten wohnheim zurück lief ich bemerkte es erst im augenwinkel und war irritiert weil ich das gefühl hatte aus dem nichts das klingeln eines eiswagens zu hören langsam drehte ich mich zur seite und blieb stehen als ich wieder diesen roten ring in der luft sah und schlagartig waren da all die erinnerungen wieder völlig erstarrt beobachtete ich das wabern diese unwirkliche erscheinung eine frau vielleicht anfang vierzig lief darauf zu und schien sich nicht darum zu kümmern schien es überhaupt nicht zu sehen auch die autofahrer oder andere passanten sahen nichts nur ich als die frau den kreis erreicht hatte verschwand sie plötzlich und der ring ebenfalls von einer sekunde auf die nächste war alles wie zuvor als wäre da niemals ein ring gewesen oder niemals diese frau ich wollte rufen schreien irgendwie darauf aufmerksam machen aber niemand hatte es bemerkt nur ich und ich ging all meine erinnerungen durch die ich noch aus der zeit hatte in der ich zum ersten mal den kreis gesehen hatte der eismann war einfach nicht wiedergekommen und ich hatte es als kind nach kurzer zeit vergessen weil meine mutter stattdessen eis im supermarkt gekauft hatte so schnell war das für mich erledigt gewesen und wenn ich nicht schlagartig daran erinnert worden wäre wäre es wohl auch besser so war ihm dasselbe passiert warum hat das niemand mitbekommen war das wirklich real gewesen damals oder nur eine wirre idee ein seltsamer traum eine assoziation die aus meiner kindheit her geschwappt war um einen kontext für das alles zu bekommen ich zitterte und holte mein smartphone hervor und suchte nach meiner alten stadt dem wort eismann und vermisst und tatsächlich fand ich einen digitalisierten zeitungseintrag karl meisner hieß er ich suchte weiter und konnte nicht ausmachen dass er wieder aufgetaucht wäre ich steckte das smartphone weg und starte zu der stelle an der der ring gewesen war keine spur ich schritt über die straße als es ruhiger wurde und sah mir das von der nähe aus an ich hielt immer noch ein wenig abstand weil ich sorge hatte dass der ring immer noch da war ich ihn nur nicht mehr sehen konnte nichts kein extraterrestrisches geräusch kein seltsamer geruch nichts ich überlegte was ich tun könnte aber ich hatte keine ahnung und entschied mich nach hause zu gehen obwohl ich müde und überfordert war konnte ich nicht schlafen und holte mein smartphone wieder hervor um nach roten kreisen zu suchen natürlich konnte ich nichts finden keine berichte von leuten die in irgendwelchen foren behaupteten dass sie rote kreise sehen nichts ich war wohl die einzige person die diese kreise sehen konnte irgendwann war ich wohl doch eingeschlafen gestresst wurde ich von meinem smartphone wecker wach und warf es bei dem versuch den wecker auszuschalten auf den boden auf dem weg zur universität kam ich wieder an der stelle vorbei und es war keine spur vom kreis zu sehen menschen liefen über die stelle als wäre dort nichts passiert ich wünschte das wäre alles nur ein mieser traum gewesen eine verzerrte idee aus der kindheit die plötzlich wieder gestalt angenommen hatte aber ich war mir viel zu sicher das war so passiert daran konnte ich nicht zweifeln in der universität konnte ich mich auf nichts konzentrieren und ging nach der ersten vorlesung wieder nach hause ich war irgendwie zu nichts mehr fähig und alles kam mir surreal vor dieser kleine vorfall hatte mir jedes vertrauen genommen dass ich darin hatte wie die welt funktionierte ich saß in meiner wohnung an dem klappesstisch und zeichnete nichts bestimmtes einfach irgendwelche figuren aber schließlich ertappte ich mich dabei wie ich immer wieder diese kreise zeichnete wie von selbst hatte mein kugelschreiber das papier mit dunkelblauen kreisen übersät die mich alle wie lied und pupillenlose augen anstarrten irgendwann klingelte mein handy lana wo bleibst du scheiße wir wollten zusammen essen gehen es war unser zehnmonatiges oder elfmonatiges jubiläum irgendwie sowas ich bin 30 minuten da hab's total vergessen sorry wir verabschiedeten uns knapp und dann starrte ich nochmal auf das blatt riss es aus dem block knüllte es zusammen und warf es weg gehetzt zog ich mich an und lief zur bushaltestelle an der zum glück gerade ein bus hielt ich erreichte den italiener bei dem lana schon wartete und mich stirnrunzelnd ansah wir küßten uns und gingen dann hinein bestellten und aßen ich konnte nur an die roten kreise denken und überall wo ich etwas ringähnliches sah zuckte ich kurz zusammen was ist los fragte lana irgendwann und ich schreckte aus meinen gedanken hoch ich bin einfach nachdenklich sie nickte wir bezahlten und gingen zu mir tranken zusammen ein bier aber ich war die ganze zeit abgelenkt von den gedanken was ist denn los du sagst fast gar nichts heute ist jemand gestorben ich nahm einen schluck bier und fing an von den kreisen zu erzählen wie sehen sie aus ich stand auf holte das blatt aus dem müll entfaltete es und zeigte auf einen der kreise die von der form am nächsten kam und fing an zu erzählen so sehen sie aus nur in rot sie holte einen lippenstift aus ihrer handtasche und malte den ring nach und ich starrte darauf dann zuckte sie zusammen was ist los er ist weg ich sah zu dem blatt aber der kreis war noch da ich habe ihn gezeichnet und jetzt ist er plötzlich weg und dann sah ich wie der kreis größer wurde und größer siehst du das nicht ich stand auf und lana sah mich fragend an was meinst du auf dem blatt der kreis er ist doch weg das habe ich doch gesagt sie tippte mit dem finger auf die stelle an der sie den kreis gezeichnet hatte und der kreis und lana waren von einem moment auf den anderen verschwunden lana war verschwunden und nicht wiedergekommen und ich hatte nur auf das blatt gestört und mich kaum noch bewegt ich starrte fast unentwegt auf das blatt vielleicht ein paar minuten vielleicht stunden ich bemerkte den tag und nacht wechsel nur noch irgendwo hinten in den ursprünglichsten prozessen in meinem gehirn irgendwann kam die polizei und ich öffnete die tür und sagte nichts sie nahm mich mit und befragten mich und ich erzählte von den kreisen und dass lana verschwunden war irgendwelche whatsapp nachrichten von früher in denen wir uns gestritten hatten wurden ausgegraben und ein paar seltsame aussagen von falschen freundinnen ihrerseits waren bald zur stelle und schließlich landete ich im gefängnis ich hatte regelmäßig gespräche mit einem psychologen und erzählte immer und immer und immer wieder dasselbe und es half nichts warum sollte mir jemand glauben ich schlief nicht mehr viel und alles kreisartige machte mir angst irgendwann hatte wohl einer meiner mitgefangenen von der kreissache mitbekommen ob durch mich oder den psychologen oder sonst wen wusste ich nicht jedenfalls als ich vom essen zurück in meine zelle kam waren die wände überall übersät mit schwarzen kreisen die mit einem dicken edding aufgemalt worden waren ich betrat die zelle nicht mehr und als die werte mich dazu zwingen wollten rastete ich aus und jetzt bin ich hier einzelzelle vernichtungshaft jetzt ist alles erledigt eine geschichte findet ihr ende in meinen träumen sind die kreise überall ich renne von ihnen weg sie wie verwandte und freunde von ihnen erledigt werden ich weiß nicht ob da draußen immer noch kreise sind ob es noch viel mehr gibt oder sie immer nur in der nähe von mir erscheinen manchmal bilde ich mir ein dass im augenwinkel ein kreis sein könnte manchmal habe ich das gefühl dass ich sie außerhalb dieser wände hören kann an der toilette gibt es eine kleine scharfe stelle an der unterseite man hat viel zeit wenn man in so einer zelle sitzt und lernt sie komplett auswendig ich kann nicht mehr wo soll ich hin meine freundin ist im besten falle nur tot alle halten mich für ihren mörder und wenn ich irgendwann rauskomme werden die kreise nicht weg sein im gegenteil ich habe das gefühl sie warten nur darauf dass ich wieder auf freien fuß komme es muss aufhören und es gibt einen ausweg aus diesem gefängnis ich bücke mich strecke meinen arm aus und schabe ihn über die scharfe stelle er reißt auf ich unterdrücke einen schrei und das blut läuft herunter dann gehe ich zu der wand und male unter höllischen schmerzen einen kreis langsam stück für stück und schließlich ist der kreis komplett roter kreis ich trete einen schritt zurück um zu sehen wie er sich verändert jede einzelne unebenheit beobachte ich er ist geschlossen er ist komplett wo werde ich landen was wird passieren werde ich sterben er verändert sich nicht nichts passiert ich zeichne einen weiteren kreis auf den boden nichts mehr kreise mehr kreise aber nichts passiert ich spüre wie ich schwächer werde und setze mich auf den boden und starre fassungslos an die wände nichts wie kann das sein wie ist das möglich ich höre die tür hinter mir aber bewege mich nicht ich höre rufe und und schritte wärter packen mich und schleifen mich auf die krankenstation keine chance mehr kein ausweg nichts hallochen ein neues video wie versprochen diesen monat kam noch eine creepypasta und nächsten monat wird auch wieder eine kommen und ich habe ein paar ankündigungen heute um 18 uhr gibt es einen kurzen stream mit half life 2 ich habe das schon mal angefangen und jetzt werde ich es weiterspielen ich bin richtig scheiße in dem spiel aber sowas hat mich ja noch nie abgehalten eine andere neuerung wir machen bald immer mehr auf smogs & frogs wir arbeiten sehr hart an dem ganzen gaming stuff und unten ist der channel und auch die website ihr könnt den channel abonnieren und euch die website mal ansehen wenn ihr das wollt es wird wahrscheinlich sehr bald im februar oder im märz ein neues spiel releasen was wieder nur für spenden raus geht also ihr könnt es auch euch auch natürlich kostenlos holen und ja außerdem habe ich im zuge der lernphase die wir gerade durch machen selbst ein kleines spiel gemacht das spiel heißt interrogation by the state und es geht keine ahnung fünf minuten um alles durchzuspielen ich habe das in fünf tagen zusammengeschustert alles ist von mir die grafik und alles erwartet gar nichts bitte weil ich habe weder grafik davor gemacht noch irgendwas in dem spiel oder sonstiges also ja ich hoffe ihr habt damit spaß würde mich freuen irgendwie feedback zu bekommen und auch dieses spiel ist natürlich kostenlos oder ihr könnt mir natürlich auch einen dollar spenden wenn ihr das denn möchtet müsst ihr aber dann natürlich nicht ja das wärs gewesen